Wir können den Wagen mit einer App holen, ne? Ja, da habe ich so ein ganz tolles Telefon. Und dann kann ich das Fahrzeug anfordern, jetzt habe ich gedrückt und das Fahrzeug fährt jetzt los. Oh ja! Die Kunst wird wirklich die Kommunikation von dem Auto zu der Umwelt. Und dass der Wagen jetzt hier alleine hergefahren kommt, uns quasi vom Geschäftstermin hier aufliest. Aber wenn wir mal schauen, was wir heute schon können, wenn man heute mit der S-Klasse in Stuttgart am Flughafen vorbeifährt, quasi im Stau fahren, der Stress, der durch den Stau ausgelöst wird, der ist schon sehr zurückgegangen und es macht richtig, ich will nicht sagen Spaß, aber es ist nicht so unangenehm, mehr in einem Stau zu stehen. Das stimmt. Es wird einem einfach viel abgenommen. Ja. Das stimmt. Ein richtig gutes Gefühl mittlerweile. Er wartet auf uns. Dass wir wirklich jetzt die Straße überqueren können. Das ist quasi eine Art der Kommunikation, die wirklich wichtig ist. Normalerweise würde ich, wenn ich jetzt die Straße überquere, würde ich Blickkontakt aufnehmen mit dem Fahrer. Genau. Der Fahrer gibt mir ein Zeichen, du kannst gehen oder ich will weiterfahren, jetzt muss jetzt das Auto übernehmen. Wir haben uns genau darüber Gedanken gemacht und dazu kann natürlich der Laser als System eine Möglichkeit sein. Das Fahrzeug hat im Vorfeld eben erkannt, dass die Situation sicher ist, dass ein Fußgänger in diesem Fall die Fahrbahn überqueren kann und dann wird eben dieser Zebrastreifen angezeigt und das Loslaufen wird eben unterstrichen dadurch, dass der Zebrastreifen von weiß auf grün einschaltet und dann eben beginnt sich zu bewegen entsprechend der vorberechneten Bewegungsrichtung des Fußgängers oder auch Fahrtfahrers. Jetzt könnte man rüber gehen. Jetzt könnte man rüber gehen. Genau. Und stellen Sie sich vor, ein Fahrzeug selbstfahrend hat den Wunsch einzuparken und muss uns natürlich darüber auch informieren. Und das kann auf diese Art und Weise angezeigt werden, nämlich indem der Pfeil anzeigt in Verbindung mit diesem P, dass der Parkplatz auf der rechten Seite liegt und wir eben wissen, wenn wir hier an dieser Stelle stehen, passiert uns nichts. Wir werden nicht überfahren. Klar, das Fahrzeug hat den eindeutigen Wunsch geäußert zu parken und das wird es dann auch tun. Wir Menschen haben Blickkontakt und können uns über Gestik austauschen. Die Möglichkeit sollte ein autonom fahrendes Fahrzeug unserer Meinung nach auch haben und der Laser als Technologie ist ein Angebot, eben diesen Austausch zu ermöglichen. Es wird eine lange Phase geben, wo es ja beides geben wird. Es wird Fahrzeuge geben, wo die ganz normalen Konditionen fahren und Fahrzeuge die autonom fahren werden. Und dieser nicht vertreibt, der wird sicher nachher ausverurteilt, wenn man sich tönt. Ja, wir schneiden uns an. Das gehört auch dazu, weil auf dem Anschnallen kommt man nicht vorbei. In den Gesetzen der Physik kann auch das autonome Fahrzeug hinter dieser Kraft setzen. So, jetzt gehen die Türen zu und schon sind wir in unserer neuen Welt, so quasi. Jetzt sieht man hier ja auch die Displays auf der Seite, ich drücke jetzt da mal drauf. Jetzt sieht man, jetzt ist da ein Menü gekommen und jetzt können wir mal gucken, wie wir hier starten. Jetzt sieht man ja, dass hier das Fahrzeugschild dargestellt ist, da haben wir hier die Uhrzeit. Hier gibt es den Gauknopf und mit dem Gauknopf können wir jetzt mal gucken, was wir damit los haben. Genau, und wenn wir jetzt den Gauknopf starten, dann geht es wirklich los. Und jetzt starten wir jetzt. Aufgedrückt. Oh ja. Das tut sich raus, ne? Und man sieht es doch ganz kopfvertraben so, oder? Definitiv. Man hat viel Platz vor sich als quasi Fahrer, der man eigentlich nicht mehr ischt. Wir können uns ja alles schön unterhalten. Ja, es ist wie ein rollender Gauknopf, kann man sagen. Genau. Und es reicht, wenn wir uns dann nachher nochmal weiter bewegen, dann wird sich der ganze tolle Innenraum nochmal besser zum Vorschein kommen. Ich bin Radko Jagoditsch und ich bin ein Senior Interaction Designer. Ja. 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 Also ein Erwachsener, vielleicht ist es der Vater oder die Mutter zu laufen. Ja. Ich kann zu sagen und selbst so ein Auto hier fragen, was ist deine Intention. Ja. Und dann sieht man hier einen.. jeden deliberately mit dem Parkplatz zu kommen und anschein gelten die Parkplätze... ...und dort die Bewegung zu erkennen. Ja. Und dann können wir uns schauen, was dann passiert. Also ich starte das jetzt mal... Die Wege würden sich ja kreuzen, wenn manggakahre. Zum Beispiel, in dem Fall, ja. Also das Kind läuft zum Vater, das selbstfahrende Auto erkennt, dass er ein Kind ist, blendet den magischen Zebrastreifen ein, wartet auf eine gewisse Distanz, dass das Kind vorbei ist, geht weiter oder fährt weiter, versucht den ganzen anderen Verkehr zu umfahren und endet dann quasi auf diesem Parkplatz hier. Auf der einen Seite zeigen wir natürlich rein optisch, zeigen wir diese Vision, technologisch haben wir natürlich die heutige Zeit hier installiert und das sieht man daran, dass wir eine Computerleistung hier an Bord haben, die ist unvorstellbar, das hätten wir uns selber vor zwei, drei, vier Jahren noch gar nicht vorstellen können, dass wir mal so ein komplexes Auto gemeinsam bauen, das so dermaßen fehlt kann. Nun muss sich aber auch die Technologie weiterentwickeln, davon gehen wir aber aus, dass diese Technologie dann in 20, 30 Jahren es ermöglicht, in diesem Auto dann ganz kompakt und ganz klein zu sein, damit wir noch weitere Vorteile natürlich unnatürlich realisierbar in Sachen Kosten, weil wenn will man das natürlich nicht nur Packaging, Platzbedarf, ja alles was dazu gehört, das wird ja alles mit dazu. Und schon sieht die Welt ganz anders aus, wir fahren rückwärts. Völlig verrücktes Fahren, weil man sitzt jetzt wie im Zug quasi. Ja, genau. Privater Viajet. Ja, man ist fest, genau. Viajet auf der Viajet. Ein guter Vergleich, denke ich, wir hätten auch ein 10-Nex ab, wir hätten auch ein bisschen das Kommando gegeben und schon geht es ab. Okay. Man kann natürlich jetzt auch zum Abheben ein bisschen Gas geben. Ja, genau. Haben wir jetzt sehr schön gesehen, wie wir jetzt auf Dynamik gegangen sind. Ja. Ja, das ist halt, glaube ich, die größte Umgewöhnung für den Autofahrer ist dann wirklich mal, sich fallen zu lassen, zu sagen, okay, ich muss nicht fahren, ich kann mich auch mit dem Rücken in den Verkehr begeben und abschalten. Ja, jetzt sind wir natürlich schon so manchen Kilometer zusammen, rückwärts gefahren und man gewöhnt sich natürlich auch. Weil das ist Vertrauensfrage. Sehr, ganz genau, sehr schnell dran und wir vertrauen natürlich dem Fahrzeug auch. Aber ich finde, Sie machen das schon ganz toll, wie schnell Sie sich daran gewöhnt haben, praktisch auch in dieser Position entsprechend zu entspannen. Ja, der Erfinder des Automobils, da habe ich natürlich dann Grundvertrauen. Ja. Ich denke, also mein Mini-Fazit ist, man kann so fahren und es so aushalten. Also sehr, sehr schön. Wir haben gesagt, es ist ein Großrad, wie wir uns die Vision vorstellen können, während wir in 20 Jahren mitgliedadäquat mit einem Auto fahren können, luxuriös, mit viel Platz im Innenraum, mit einem hohen Komfort, einfach klassisch Mercedes-Benz Klasse-mäßig. Genau. Und genau diese Anregung, diese Anregung auch an die Gesellschaft, wie gehen wir denn damit um, was müssen wir denn alles regeln, um in 20 Jahren so fahren zu können, das ist unser Ansinnen, damit eine Diskussion in Gang kommt, diesen Weg vorzubekommen. Ja, genau. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020